ja hallo und herzlich willkommen wieder mal auf unserem kanal heute geht es ums pflanzen von büschen ich erkläre das jetzt nur weil mir das einfach viel zu lange dauert hätte euch den genauen vorgang zu zeigen anhand von buddeln und so weiter deswegen erkläre ich das jetzt nur mal kurz weil es dann auch irgendwann langweilig wird und keiner mehr richtig aufpasst beziehungsweise kann das mehr richtig interessiert ja ich habe ein stachelbeer busch mir gekauft der hat ich glaube zehn euro den kommt man über wo es pflanzen gibt ich habe mir den jetzt und die beiden heilbeer streicher beim herkules geholt dem habe ich jetzt einfach dünge kompost vom misthaufen gegeben unten als erde die normale erde die habe ich jetzt hier neben die muss ich noch weg schaffen weil die einfach nicht mehr so nährstoffreich ist für das büchlein dann habe ich halt einfach ein loch gegraben rein getan mit etwas abstand so dass sie noch wachsen können weil die auch eine ordentliche größere reichen eigentlich bei den heidelbeeren habe ich es ein bisschen anders da gemacht da habe ich mir saure erde extra geholt da die grundbasis auf saure erde aufgebaut ist normale erde vertragen nicht so gut beziehungsweise wachsen nicht und können auch davon eingehen die haben schon die ersten knosten das kann wir ganz gut sehen ich kann gerade noch die verpackung zeigen ja das ist die verpackung die ist lila und hier steht ro astro dom wie gesagt fragt einfach mal nach saurer erde da können die einem schon weiterhelfen da aussah sieht und hab halt einfach nach saurer erde für meine heidelbeeren gefragt nach saurer erde gefragt und dann haben die mir das gezeigt wenn euch das video gefallen hat lasst ein like oder ein abo da wenn ihr fragen habt schreibt in die kommentare ciao bis zum nächsten mal